Die Liegen und Schlafsäcke der S-Series wurden so konzipiert, dass sie Ihnen komfortabelstes Angeln ermöglichen, ohne dass Sie gleich die Bank überfallen müssen. Mit den drei unterschiedlichen Größen finden Sie auch ganz sicher die für Sie passende Liege. Die R1 ist eine kompakte Liege mit den Maßen 205 in der Länge, 85 cm in der Breite und 30 cm in der Höhe. Die R2 ist eine Liege in der Standardgröße mit den Maßen 212 cm in der Länge, 90 cm in der Breite und 36 cm in der Höhe. Und die R3 ist die größte in unserem Programm, eine echte King-Size-Liege. Sie ist speziell für größere Angler entwickelt worden oder für alle die, die etwas mehr Platz wünschen. Die Liege hat die Maße 223 cm in der Länge, 101 cm in der Breite und 40 cm in der Höhe. Alle Liegen überzeugen durch die folgenden Ausstattungsmerkmale. Ein komplett flaches Liegenprofil für maximalen Komfort mit Doppelgelenken, sodass man einen Schlafsack mit einklappen kann. Ein Rückenstützsystem für eine straffe Matratze ohne Einsacken. Eine luxuriöse, fließgefütterte und extra gepolsterte Matratze. Eine zusätzliche Polsterung am Kopfende. Große Kugelgelenkschlammfüße und sechs längenverstellbare Beine. Passend zu den Liegen gibt es ein Schlafsackprogramm in der R-Series. Die Schlafsäcke sind wie die Liegen in den Größenstufen R1 bis R3 erhältlich und passen perfekt zu den jeweiligen Liegen. So passt zum Beispiel der R1 Schlafsack genau auf die R1 Liege, genau wie beim R2 und beim R3. Aber jeder Schlafsack passt auch auf die meisten anderen Liegen auf dem Markt in der jeweils passenden Größe. Der R1 auf kleine Liegen, der R2 auf mittelgroße Standardliegen und der R3 auf große King-Size Liegen. Die Schlafsäcke profitieren von einer 7-Core-Hohlfaserfüllung, die mit Silikon vorbehandelt, sodass sie ihre Form behalten und die Fasern sich immer wieder ausdehnen. Das luxuriöse Innenfutter der oberen Schicht ist aus unglaublich warmem und bequemem Sherpa-Flies, während das Innenfutter der unteren Lage aus Mikro-Flies ist. Die Schlafsäcke haben ebenfalls die folgenden Ausstattungsmerkmale. 10 mm Crash-Schnellreißverschlüsse, extra große Fleece-Innenabdeckung der Reißverschlüsse, ein elastischer Fixierburt und ein elastischer Überzug am Kopf- und Fußteil zum Fixieren auf der Liege, die auch an Liegen mit Einzelfußstützen wie der 6-Bein-Flatliner und der Duralight-Liege eingesetzt werden können. Und wenn Sie die R-Series Liegen und Schlafsäcke mit anderen Schlafsäcken und Liegen aus unserem Programm einsetzen möchten, geht das natürlich auch, wobei die Kombination aus R-Series Liege und Schlafsack wirklich ein echter Traum ist.